Nordrhein-Westfalen steht vor Neuwahlen. Das hat uns auch ziemlich überrascht die letzten Tage, aber die Totalblockade der Opposition hat jetzt zur Auflösung des Landtags geführt. Wir sind aber als Grüne in Nordrhein-Westfalen hoch motiviert und auch sehr gut aufgestellt als Partei. Wir haben zwei Wahlziele für diesen Wahlkampf. Erstens, wir wollen mit stärkeren Grünen in den nächsten Landtag einziehen. Und zweitens, wir wollen eine stabile Mehrheit für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Grünen und SPD in der Landesregierung. Das sind unsere strategischen Ziele. Was haben wir inhaltlich vor? Ja, inhaltlich sind wir auch gut aufgestellt. Wir blicken natürlich auf eine erfolgreiche Bilanz für die zwei Jahre Minderheitsregierung zurück. Aber Grün geht weiter. Das ist die Ansage für unsere erste Wahlkampfphase. Wir haben viel erreicht. Es viel zu tun heißt für uns, die ökologische Erneuerung des Landes muss weitergehen. Eingeleitet durch Maßnahmen von Johannes Remmel im Bereich Windkraft etc. werden wir weiter an der ökologischen Erneuerung arbeiten, an der Energiewende arbeiten. Wir werden natürlich die in unserem Wahlprogramm festgelegten 3Ks mit Kommunen und Kindern nicht nur Klima auch fortsetzen. Es wird ein Update unseres Wahlprogramms geben, das natürlich auch weiter gilt. Und wir werden natürlich im Bereich nachhaltiger Haushaltspolitik uns auch nicht verstecken. Auch das wird ein Thema für uns im Wahlkampf sein. Und Demokratie als eins unserer Herzensthemen als Partei, das hat nicht nur was mit programmatischen Vorschlägen für die direkte Demokratie zu tun, sondern das hat auch was mit Politikstil zu tun. Und auch der wird uns in unseren Wahlkampf einfließen. Ja, Nordrhein-Westfalen hat ja eine Demokratieoffensive begonnen, gerade durch uns Grüne. Und die wollen wir natürlich fortsetzen. Das heißt für uns natürlich auch als Partei im Wahlkampf auf Teilhabe zu setzen, auf Dialog zu setzen und auch schon jetzt in den Online-Wahlkampf einzusteigen. Ihr wisst, dass wir da sehr aktiv sind in den sozialen Netzwerken, dass wir auch wieder drei Tage WACH anbieten werden. Also die letzten drei Tage vor der Wahl, da sehr präsent im Netz sein werden, alle eure Fragen beantworten werden. Also da setzen wir sehr drauf. Wir werden am 25. März unseren Landesparteirat in Mülheim an der Ruhr machen und ein Wochenende später, also vom 30. März bis zum 1. April einen dreitägigen Landesparteitag, wo wir unser Programm aufstellen werden, wo wir unsere Liste aufstellen werden. Das heißt ja Blitzwahlkampf in den ersten Wochen und wir sind da gut aufgestellt. Ja, sehr ambitionierte Ziele. Jetzt in netto zwei Wochen ein Programm auf die Beine zu stellen, die Liste aufzustellen und dann geht es richtig in die heiße Wahlkampfphase. Ja und eine der Hauptfragen aus den Kreisverbänden war ja auch schon, wann können wir plakatieren? Das heißt auch die Partei ist gut aufgestellt und motiviert. Wir freuen uns drauf, grün geht weiter.